Das war's. So, weiter geht's. Hat jetzt ne Welle gepowered. Das ist doch jetzt schreckig. Wollen wir mit dem Panzer mal hier schnell die Artillerie wegnehmen. Wollen wir raus, gehen auf die Türzeinlagen. Bestätigt. Jawohl, zähl. Breche auf. Jawohl, zähl. Bestätigt. 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 Breche auf. In Ordnung. Wird gebaut. Jawohl, zähl. Konstruktion fertig. Jawohl, zähl. Bestätigt. Wenn man Türzeinlagen geschossen hat, dann ist alle anderen, ist der Rest okay. in Ordnung. Halt hier auf! Jawohl, zahle! Einheit verloren! Das ist halt das blöde Wettbewerb. Oh, das freut ihr den Scheißer von mir. Jawohl, zahle! In Ordnung! So, wir haben ja... Einheit verloren! Wird gebaut! Wird gebaut! Konstruktion fertig! Schiff drücken, Schmerz! Jawohl, zahle! Reiche auf! Objektiv! Jawohl, zahle! Tag nicht! In Ordnung! Wird gebaut! Geht müde ausreichend! Verständlich! Reiche auf! Verständlich! Reiche auf! Jawohl! Jawohl! Verständlich! Verständlich! Das ist eine Makettenstellung! Ja, klar! Wo ist es? Verständlich! Verständlich! Jawohl, zahle! Jawohl, zahle! Flugzeugen hier sind da. Verständlich! Verständlich! Exit ist die Alemination. Verständlich! Jawohl, zahle! Sofort, Sir. Spreche auf. Geldmittel unzureichend. In Ordnung. Jetzt warten wir einfach mal noch auf den letzten Liftschlag. Jetzt wird schlafen flüten. Wokker ist wohl so. Oh nein, da müssen wir auch schon wirklich schliessen. Konstruktion fertig Wird gebaut Geldmittel unzureichend Jawohl, Sir! Konstruktion fertig Wird gebaut Flugzeuge verfügbar In Ordnung Geldmittel unzureichend Verstärkungen sind eingetroffen Konstruktion fertig Wird gebaut Gestoppt Abgebrochen Wird gebaut Jawohl, Sir! Konstruktion fertig Wird gebaut Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einsatzziel erreicht Für ein Blödsinn! Für ein Blödsinn! So, wir haben das nächste Frag Was schmerzt, was kommt mit dem? Genug Was schmerzt, was kommt mit dem? Obern Rumänien als nächstes, was das wäre. Wir machen eh alle Missionen. Achtung! Übertrage neue Informationen zum Thema Tiberiumgefahren. Tiberium ist nach dem italienischen Fluss Tiber benannt, wo es zum ersten Mal gefunden wurde. Es gibt heute mehr als 200 Gebiete auf der Welt, in denen Tiberium-Lager entdeckt wurden. Tiberium scheint sich von selbst auszubreiten. Fortbewegungsmethode ist unbekannt. Dr. Möbius, unsere Zuschauer wollen wissen, was genau ist Tiberium denn nun wirklich? Ja, ja, ja. Molekular ist es ein nicht auf Kohlenstoff basierendes Element, das offenbar starke metallische Eigenschaften besitzt sowie eine nicht resonante, umkehrbare Energie mit dem Hang, kohlenstoffbasierende Molekularstrukturen zu zerstören, mit inkonsequenten und ungleichen Positronen im Orbit auf dem ersten, zweiten und neunten Quarkring. Wow, ist das gut oder schlecht? Sagen wir mal so, Eddy. Die Möglichkeiten von Tiberium sind grenzenlos. Wir wissen jetzt, dass Tiberium nicht nur dem Boden Spurenelemente entzieht, sondern offenbar auch bei der Pflanzenwelt lebenswichtige Mineralien schmarotzt. Kontakt ist für Menschen extrem giftig und endet oftmals tödlich. Vermeiden Sie ihn um jeden Preis. Kommander, wir mussten Sie täuschen. Die UN war nicht wirklich gegen mich. Zumindest nicht alle. Aber wir mussten ein kleines Spielchen spielen, um Kane ein falsches Gefühl der Sicherheit zu geben. Ich habe ein paar UN-Fonds angezapft und diesmal erledigen wir den Verrückten endgültig. Morelli, für Sie haben wir auch ein paar neue Spielzeuge. Sie kennen die Geheimdienstberichte über den Orca und hier ist er jetzt. Ich lasse Sie und Morelli mit ein paar dieser Babys aufsteigen und sie ordentlich testen. Konzentrieren Sie sich auf einen Kreis von etwa 50 Meilen Radius um Trest und schauen Sie, was Sie herausfinden können. Oh ja, jetzt gibt es endlich Flugzeuge. Ich möchte mich nicht mehr auf diesen Scheiß auf Deckung lassen. So, schauen wir mal, was wir hier machen. Schnell in der Nähe hätten. Lötchen erhaben. Jawohl, Zahl. Bestätigt. Einheit verloren. Breche auf. In Ordnung. perdre. Einheit verloren. B floating. Jawohl, stirbt. Einheit verloren. Bereche auf. Null Qualität Вамang. Wird gebaut. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Berche auf. In Ordnung. Neue Bauoptionen Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! Haben wir Wasser? In Ordnung! Breche auf! Breche auf! Da hat man es jenerste Vorteile Aber... Das ist gebaut Das ist scheiße Ne, da haben wir noch ein Bild wie geil Breche auf! Sofort, Sir! Konstruktion fertig Schauen wir mal, was wir machen Neue Bauoptionen Wird gebaut Wenn wir endlich einen Raketenturm haben, wäre das perfekt Jawohl, Sir! Geh, lassen wir uns anbleiben Jawohl, Sir! Einheit verloren Neue Bauoptionen Wird gebaut Jawohl, Sir! Geht klar, Sir! Unsere Basis wird angegriffen Jawohl, Sir! Breche auf! Schon dabei! Klar, Sir! Damit ist das Video, denke ich, beendet Das war Das war Brasch Steggesprach Just Steggesprach Steggesprach Steggesprach